yo leute willkommen zu einem neuen video ich will heute einfach nur danke sagen danke für die 150.000 abos bei youtube beziehungsweise jetzt schon mehr als 150.000 richtig krass letztes jahr habe ich erst das 100.000 abo special gemacht jetzt schon 150.000 richtig geil danke dafür auf jeden fall dank für einen ganzen support für die ganzen kommentare und vor allem für eure beteiligung letztes jahr habe ich ja 100.000 abonnenten special gemacht wo ihr mir eure videos schicken konntet das hat mir richtig gut gefallen was sie mir alles geschickt hat und ich hoffe das video hatte ich auch gefallen was daraus geschnitten habe habe ich auch noch mal verlinkt könnt ihr euch angucken ich fand es mega cool die aktion deshalb will ich das jetzt einfach noch mal machen als 150.000 abonnenten special und dieses jahr auch noch mal so was machen ich bin schon ein bisschen kaputt ich habe heute zwölfe und halb stunden gerade schon gedreht hier mit dem geilen auto haben ins dann drehen gemacht dann fight für ein richtig cooles projekt das geht auch demnächst online bei youtube nicht bei mir auf dem kanal das wäre jetzt ein richtiger job hier habe ich richtig als dann performa gearbeitet den ganzen tag bin deswegen auch schon echt ganz schön müde und kaputt aber ich wollte unbedingt trotzdem heute das video hier aufnehmen und euch danken also schickt mir wieder eure videos wie das ganze genau funktioniert habe ich unten in der video beschreibung rein gepackt schicken einfach einen kurzen clip von euch von eurem training was ihr so gelernt habt vielleicht auch ein bisschen meiner hilfe das würde mich natürlich besonders freuen schicken wir das an videos at urban amade punkt de e mail adresse und alles steht auch unten noch mal in der video beschreibung ganz wichtig ist dass ihr mir dazu noch den kleinen text mitschickt den ich auch unten in die video beschreibung geschrieben habe einfach nur damit ich die videos dann auch wirklich benutzen darf und bei mir hochladen darf aus rechtlichen gründen müsste mir das natürlich erlauben dass ich das machen darf deswegen einfach den text der unten in der video beschreibung steht kopieren mit in der e mail reinpacken und schickt mir eure aufnahmen von eurem training dann mache ich wieder eine community video daraus und das wird bestimmt wieder richtig geil und genauso gut wie letztes jahr ich freue mich drauf viel spaß beim trainieren und danke noch mal für die 150.000 abos wir sehen uns beim nächsten mal